Ich dachte eigentlich, wenn man mit der Schule fertig ist, muss man nie wieder lernen. Trugschluss. Doch was hat man eigentlich für ein großes Ziel? Ist es die Ausbildung? Ist es der Bachelorabschluss? Ist es der Masterabschluss? Will man Professor werden? Möchte man Manager werden und Millionen verdienen? Wenn es nach den Eltern geht, dann wäre das natürlich die beste Zukunft für ihre Kinder, oder? Hey Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Sozialverzogen. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ja Leute, da ist mir ja ein Lapsus passiert auf Twitter. Habe ich einfach mal so eine Frage gestellt, ein bisschen provokant. Warum wir lieber wollen, dass unsere Kinder studieren, anstatt sie zuerst einen Beruf lernen? Habe ich mich da ein bisschen umständlich ausgerückt, oder war sie sogar Absicht? Aber genau diese Frage stellen sich gerade hunderte von Abiturienten und bzw. Jugendlichen, die jetzt den MSA gerade gemacht haben. Was mache ich jetzt? Gehe ich sogar weiter und mache das Abitur? Oder fange ich eine Ausbildung an? Versuche erstmal Berufserfahrungen zu sammeln. Mache ich jetzt mit einem Abitur auch eine Ausbildung und verdiene erstmal Geld? Oder gehe ich studieren und verdiene nachher richtig Kohle? Wenn es nach Eltern geht, dann bitte genau diesen Weg. Abitur machen, Studium beenden, bestenfalls gleich den Master machen und dann raus in die große Berufswelt und viel Geld machen. Aber ist es das? Ja, manchmal ist es so ein bisschen das Ding mit dem eigenen Traum von Erfolg und den eigenen Wünschen, die man für sich selbst hatte als Elternteil. Wir alle wollen von Anfang an die beste Kita, die beste Grundschule, die beste Oberschule und dann natürlich die beste Bildung. Und hoffen, dass genau das den Weg ebnet, für unsere Kinder super erfolgreich zu sein. Dahinter steckt natürlich keine böse Intention. Nein, vielleicht hatte man selber nicht die besten Bildungschancen auf einer Schule, wo es einem nicht möglich war, Höchstleistung zu bringen. Oder hatte familiäre Verpflichtungen, weil man vielleicht die Mutter oder den Vater ersetzen musste, um es mal so einfach darzustellen. Oder musste einfach früh Geld verdienen, weil die Familie etwas ärmer war. Und möchte natürlich jetzt für das eigene Kind genau andere Voraussetzungen. Oder ist es das Standing im Freundeskreis und in der Familie? Denn auch da wächst oft der Druck, wenn man sieht, wie die Kinder der Freunde doch andere Abschlüsse machen, dann studieren gehen und dann am Ende ganz groß dastehen. Oder die Familie, die sagt, nein, Moment mal, alle bei uns haben ja ein Abitur und du hast nur ein MSA? Na, schäm dich. Aber ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass Eltern immer möchten, dass ihre Kinder später abgesichert sind. Und zwar finanziell abgesichert sind und nicht auf der Straße landen und arbeitslos sind. Und dann kommen wir aber trotzdem nicht um die Frage herum, was ist denn jetzt besser? Studium oder Ausbildung? Näh. Ach ja, selbstorganisiertes Lernen, eigene Notizen machen, dann eine Struktur schaffen und einfach lernen. Einfach autodidaktisch? Ja, das wäre mein Fall gewesen. Ich konnte das allerdings. Und wenn man dann danach geht, könnte man sagen, dann ist das Studium doch genau das Richtige für mich. Ah, wenn da nicht die Zeit wäre. Aber fernab von der Disziplin und dem Lerneifer, den man im Studium mitbringen soll, muss man einfach wissen, dass es einfach Berufe gibt, die ohne Studium nicht erreicht werden können. Ob das nun Ärztin ist, Chemiker, Architektin oder Anwalt. Für diese ganzen Berufsrichtungen brauchen wir ein Studium. Und wer dann auch noch Lust hat, wissenschaftlich zu arbeiten, sich in ein Thema so richtig reinzufuchsen und viel Fachtheorie aufzusorgen, welches später dann in der Praxis eingesetzt werden soll, dann ist das Studium definitiv etwas für dich. Es ist ein tiefgehendes Lernen. Es ist ein Lernen auf mehreren Ebenen und natürlich im Vergleich mit vielen verschiedenen Perspektiven und Quellen viel Literatur und viel Wissen von Professoren und anderen Studenten, die den Studiengang besuchen. Es ist schon ein ziemlich hohes Level und es kann auch sehr viel Spaß machen. Doch wie eben schon gesagt, es gehört viel Disziplin und Selbstorganisation dazu. Natürlich hat man einen Rahmenplan, den man befolgen kann und eine Regelstudienzeit, die man schon irgendwie auch schaffen sollte. Aber das ist auch wiederum der Anreiz. Man ist auf sich selbst gestellt und bestimmt, wie gut man seiner Disziplin nachgeht. Wer wirklich eine Führungsposition im Managementbereich zum Beispiel anstrebt, ja, der sollte studieren. Denn es gibt einfach Führungspositionen, die auch ohne Hochschulabschluss nicht erreicht werden können. Ob das natürlich immer so richtig ist, weil nur weil ich einen hohen Bildungsabschluss habe, muss ich nicht gleich eine super gute Führungskraft sein. Aber das ist ein anderes Thema. Feuerwehrfrau, Bahnarzt, Bauarbeiterin, Elektriker, Malerin, Ah, Erzieher. Ja, das bin ich geworden. Ich habe mich für eine Ausbildung entschieden, obwohl ich lange davon überzeugt war, dass ich auch studieren möchte. Wer natürlich froh ist, dass die Schulzeit vorbei ist, der findet natürlich sein Glück in der Ausbildung. Allerdings nicht ganz schulfrei, das muss ich sagen. Die meisten Berufe sind dual konstruiert. Das heißt, man hat ein paar Tage Berufsschule oder blockweise Berufsschule und auf der anderen Seite mehr Praxistage beziehungsweise dann einen großen Abschnitt Praxis, bis man wieder in die Blockwoche muss. Das heißt, die Chance, praktische Erfahrungen zu machen, ist in einer Ausbildung natürlich viel höher gegeben als in einem Studium. Auch da hat man natürlich Praktika oder es gibt mittlerweile sogar gute duale Studiengänge. Aber das ist dann doch immer noch die Seltenheit. Und ein wichtiger Faktor bei der Ausbildung ist das Geld. Ab dem ersten Ausbildungsjahr verdient man schon Geld. Und bestenfalls steigt das auch pro Jahr bis zur Festanstellung nach der Ausbildung. Das ist auch häufig das erste Argument für Ausbildung. Allerdings muss ich auch wieder sagen, ist es schon eine andere Verantwortung, in der man steckt, wenn man plötzlich mitten in einem Betrieb anfangen muss. Ich selbst habe vor dem Erzieherberuf auch eine andere Ausbildung als Reiseverkehrskaufmann angefangen. Und ja, da musste ich auch erst mal lernen, wie es ist, als Erwachsener in einem Betrieb zu handeln. Und nach der Ausbildung könnt ihr sogar schon behaupten, dass ihr Berufserfahrung habt. Nur klar ist natürlich auch, wenn man dann festangestellt ist, kriegt man auch noch mal mehr Wertigkeit und ein anderes Verantwortungsgefühl. Dennoch muss ich sagen, sind so drei Jahre Ausbildung schon Gold wert. Und genau hier machen wir jetzt den Sprung zu dem Tipp, den ich allen interessierten und herangehenden Erziehern geben möchte. Im Pädagogikbereich können wir natürlich auch studieren ohne Ende. Frühkindliche Bildung, Kindheitspädagogik, Sozialarbeit und, und, und. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Erzieherausbildung als Basis ist für mich Gold wert. Und bestenfalls macht man diese Ausbildung auch berufsbegleitend, sodass man drei Tage im Betrieb ist und zwei Tage in der Schule. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, von der Basis an zu erleben, wie kindliche Entwicklung funktioniert. Ihr müsst nicht erst nach drei Jahren oder dann vier Jahren Studium das erste Mal eine Kita betreten und denkt, äh, ah, das ist also jetzt meine Arbeit. Ja, ihr seid da nicht so überrascht. Natürlich habt ihr da auch Praktika. Will ich gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren, aber es ist schon was ganz anderes, von Anfang an in einer Gruppe mitzuwirken und auch verantwortlich zu sein für eine kleine Gruppe Kinder, die man wahrscheinlich alleine betreuen kann. Und ehrlich gesagt macht die Fachtheorie alleine kaum Sinn im Pädagogikbereich. Ja, ich rede hier von meiner Meinung. Ich finde, man sollte Kinder von klein auf erlebt haben, mit ihnen agiert haben, mit ihnen gelernt haben, damit die Fachtheorie auch wirklich Sinn macht. Damit man all die Nuancen, die in der tollen Fachtheorie stecken, auch sehen kann. Ansonsten ist es ein gezeichnetes Bild aus einem Fachbuch und man hofft, das irgendwo auf ein Kind duplizieren zu können. Und das ist nicht der Sinn der Pädagogik, meiner Meinung. Außerdem ist es möglich, in der Erzieherausbildung in verschiedene Einsatzgebiete zu schnuppern. Ihr könnt in Wohngruppen arbeiten, ihr könnt im Hort oder im Kindergarten arbeiten. Ihr arbeitet mit unterschiedlichen Altersgruppen, die jede für sich die eigenen Herausforderungen mitbringen. Und das macht es möglich, dass ihr eine gute Grundausbildung für eure pädagogische Karriere mitnehmen könnt. Mit all diesen Erfahrungen aus dem Gruppenleben, aus dem Kita-Alltag oder Wohngruppenalltag, je nachdem, wo ihr eben arbeitet, könnt ihr dann auch auf einer ganz anderen Ebene studieren. Und erfasst diese ganzen verschiedenen Perspektiven auch viel besser. Erst Ausbildung, am besten in der Krippe anfangen, sich dann hocharbeiten und dann studieren. Ja! Ob Studium oder Ausbildung ist in dem Moment zweitrangig, wo das Kind bzw. der heranwachsende Jugendliche sich für eine Berufung entscheidet. Und Spaß und Verwirklichungen findet. Und genau da sollten auch Eltern ansetzen und den Kindern erstmal den Weg ermöglichen, denen das Kind oder der Jugendliche gehen möchte, um vielleicht dann auch zu merken, ja, das war erstmal eine Schnapsidee, es war ganz nett, war interessant, aber es ist es noch nicht. Und ich denke, heutzutage haben wir die Möglichkeit, viele Berufe auch auszuprobieren oder in viele Nischen auch einfach mal einzusteigen. Und ja, das kann mehrere Anläufe dauern. Ganz ehrlich, wer wusste denn bitte mit 18 schon ganz genau, was er werden will? Ich werde euch nochmal zwei, drei Links in die Beschreibung packen, wo ihr euch auch nochmal Pro und Contra Ausbildungsstudium und sowas alles durchlesen könnt. Super interessant, auch von der Arbeitsagentur übrigens. Eine richtig gute Website, womit man sich ein bisschen testen kann. Probiert das also aus. Für mich war es der richtige Weg. Ich habe mich ja scheinbar auch auf den richtigen Weg begeben, obwohl der auch noch lange nicht vorbei ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles in zehn Jahren überhaupt noch machen möchte oder ob es da andere Herausforderungen gibt. Und ich glaube, genau das hält einen frisch und hält einen jung im Beruf und immer noch wissbegierig. Und dann kommt nicht so schnell dieses, boah, das habe ich schon immer so gemacht und ach, jetzt will ich gar nichts mehr lernen. Doch Leute, ich kann nicht sagen, ich will noch so viel lernen und vor allen Dingen in der Bildung und Pädagogik und das euch alles präsentieren. Alles, was hier so in meinem Kopf ist und was ich so erlebe, kommt alles hier rein für euch. Und wenn ihr jetzt auch noch Platz im Kopf habt, dann schaut doch gerne ins letzte Video, denn da habe ich über die trotzigen, bockigen Kinder gesprochen, die ihr ja immer so im Kita-Bereich habt. Also die autonomen Kinder. Ist das was? Na ja, dann schaltet ein. Ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch noch einen guten Tag und einen schönen Abend, je nachdem wann ihr schaut und bleibt sozial verzogen. Lohnt sich. Ja, also bis dann. Ciao. Soll ich studieren? Soll ich noch mal was ranhängen? Ich habe doch sowieso schon noch so viele Fortbildungen vor mir, die ich machen möchte.